Ach, wie die einfach nur kotzen, ey. Junge! Einen Hals krieg ich hier, echt. Und ne Krawatte. Ja, ist's. Korrekt. Klatsch. Komm her. Bumms. Osser! Und... Bumms, 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 Bumms. Yay, yay, yay. Zack. Yay, 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 yay. So. Sauber. Wow, ich hab nur acht Folgen, ich glaub's ja nicht. Die sieben krieg ich bestimmt noch noch, also die sieben Minuten, die krieg ich vielleicht noch voll. Mal schauen. Lalalala, wenn nicht dann... Ja. Nicht, ne? Ach ja, ich bin ja hier beim Lava. Scheiß. So, der war... Der beatischer Sound, ey. So, wir hinauf. Und... Weiter geht's. So. Bring sie mir! Nein, shit! Oh, alter. Ich bin ein bisschen ans andere Spiel gewöhnt. Da hab ich... Da ist es ja mit Kreis, der ganze Scheiß. Und ich drück hier erstmal... Scheiße, ich hab... Er hat nicht reagiert. Dann hab ich erstmal Kreis gerückt. Und da macht man ja das Ding. Ich glaub, von da kam ich. Lalalala. Blöd, dass man mit Patrick nicht diese Herausforderung macht. Dann würde man einfach nur die ganze Zeit hier... So durch die Gegend ballern. Sauber! Ich muss den Sterndreher verbessern. Ja, ja. Ratschlagruf natürlich. Der Sterndreher war... Super Drehkreis! Mit dem Macho-Ratschlag-Move kann Patrick alles in seiner Nähe beschädigen. Alles klar. Ja. Sieht man schon. Diese epische... Nee, nee, muss auch nicht weitergehen. Lalalala. Bombs. Komm, ich komme raus! Niau! Niau! Tupi-tupi-tupi-tupi. Hehe, kaput! So. Boop. Au! Au! Ja, genau. So. Kabums. Moment. Gab's hier noch was? Allerhöchstens dort. Komm ich da hin? Ich glaube nicht, oder? Nee. Die fliegende Früchteaufgabe ist... Okay. Ja. Gut, ich brauche hier also... ...einen neuen Move, den ich weiß nicht wann bekomme. Hey. Okay, ich darf runter. Was mir allerdings... ...nothing bringt. Und ich bin mir das... Gut, dann wollen wir... ...hoch, wow. Na, Moment bitte, ich muss mal kurz was machen. Ja, äh, da waren nur komische Geräusche. Ich dachte, die wären von unten, aber das war von draußen. Und ja, irgendwelche besoffenen Bastarde sind wieder mal irgendwie... ...extrem laut. Oh Gott. Oh Gott, hier sind so viele Herausforderungen. Ich glaub's ja nicht. So, wollen wir mal nach oben klettern. Springen, Springer, Springer, Rie. Okay. Hier haben wir das Fass, das Bierfass. Ja, genau, Geschenke. Ich glaub, das ist einfach nur Lieferkästen... ...für Plankton. Oder von Plankton. Und das ist, aha, ne Rollen, ne Schwammrollen... ...Ball, scheiße, raus von, okay. Äh, meine Flasche ist dort umgekippt, deswegen. Aber zum Glück noch ein bisschen raus. Yeah. Nervig. So. Nein. Okay, ich fall runter. Ganz ausgezeichnet. Also, so gut war ich auch noch nie. Weil ich am zweiten Hintergrund ist... ...scheitern. Ja, komm. Okay. Nochmal. So krieg ich sogar nochmal 10 Minuten voll, ey. Ich bin jetzt bei 29. Lalalala. Sauber. Wir sind Männer. Seid ihr das? Ich bin mir da nicht so sicher. Einfach mitrollen, sag ich immer wieder. Ja. Große, großer Hindernis. Ja. Scheiße. Ja, komm. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Naja, es macht ja nix. Nein. Oha, das war knapp. Mist. Du 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 So schlecht kann ich doch gar nicht sein, aber doch, anscheinend. Nein, danke. Ey. Ich bin einfach zu langsam. Das ist es, ich bin zu langsam. Ich verkack einfach, ich muss da sauber durchkommen, das muss ein sauberer Durchlauf werden, hier. Und nicht so, ach komm, egal. Jetzt muss ein bisschen schräger rein, na, also so. So, 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 so. Wow, außer, Gott war das knapp, so. Wow, das war knapp. So, hier fängt es an, gefälligte Werke, die Dinge. Männliche Dinge. Nein, bitte, ach komm. Ich bin immer wieder von vorne, das nervt immer ein bisschen hier an dem Ding. Bei dem anderen war so gut, gibt es zwei, das noch, äh. Äh, 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 ne? Weil langsam hab ich's raus, langsam hat er's, da hat er's langsam. So, so, so. So, so.